Hallo und herzlich Willkommen zu TTT, heute mit der Andi, der Phönix, der Karate-Romi, der Kryptos, der Mandan, die Pirristen, der Karate-Romi, der Pratschensivär accomplished. Oh, Alter! Du bist deine Kleinkinder oder warum redet ihr nicht? Hey, hier sind doch die Dessous wieder, ne? Ja! Okay! Leid! Ja, ich schwör! Klicks! 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 Hast du mich gehört? reasonable! Mannal herpestig! Oh, gibt's ja wie? eine erste Runde hier ich hab schon wieder FBS-Einbrüche wo ist denn mein Romy hier das wüsstest du jetzt gerne gell? du bist doch Detektiv, du bist doch selbst Andi ist hin oder hier Andi, komm her so du hast ein Tranking ach so, danke wo sind die Dessous? danke, 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 danke ich hab gleich geschossen zu Schockock äh, wer hat da geschossen gedacht? äh, das war ich das war auf den Andi na, Richtung Andi nur ja, ich bin Tete ja eben, deswegen sollte ich nur ich hab nur das Glas kaputt geschossen bei ihm in der Nähe ey, Mann da was ist da los? was ist da los? ah, ok Glück starten nein, hä, warum bin ich? das ist ne Falle was, da schießt nicht auf mich vorhin so ja, er war's naaa warte, ruft's mir, ruft's mir zur Leiche oh, 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 oh oh, gefällt dir das, Burak Alter, ruft's mir doch zu seiner Leiche einfach hm hey 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 das versteht nicht mal die Schwurentheorie wenn ihm das gefällt hä, bin ich jetzt behindert? ja ja danke äh, Dete, wo bist du? ja, ruf mich halt doch zu dem Arsch da zerleichen ich geh zu den Dessous wie das geht irgendwas mit Traderfalle hab ich gehört ich schätze mal Puh ja, lass mal die Leiche liegen oder ja ich schätze mal Imba Puh ich bin cool Imba Puh habt ihr die zendetische Gruppen? nein nein ich probiere es aber wenn nur die Leiche nicht liegen ausgeht das finde ich schwierig also ich schon an eh, ja wenn ich nochmal so anmehren ich finde die Dessous nicht ich will kein Clickbait-Video oh er nimmt mich wieder ah ach ach, jetzt werde ich das runterfallen oh, noch Paa wow da hast du mich wow rektorshocktherapie gib euch einen Tipp gib euch einen Tipp ich bin hier oben ja, das hat der Burg unterstunden was? Plasma? den nehme ich mit lass doch den, Mann dann was denn? ey wer haben wir denn da? ich hab den rausgefunden ich hab den rausgefunden leg den doch hier, was? krypto? dann kommt jemand und überlebt ihn wieder komm, läufst du doch, komm ja, ihr bohrt warum läufst du doch, komm ich hab den Dessous gefunden ich bin bei Dessous ey, kurz, kurz, Ruhe, kurz, Ruhe warte, komm mandan mandan ist mit dem aneinandergegangen, gell und es war aber noch ein Credit drin wenn man sie jetzt können ey, ich hab den ja auch getötet er hat den ja auch getötet, genau des Horst mandan und Andi ey das heißt, Krypto, du, Zali oder ich also ich bin's dir also ich bin's dir ja, Krypto, jetzt weiß ich ja warum du so gelaufen bist Krypto, Berneberger ja, natürlich bin ich gehört ich bin auf Dessous Wer war das? dann musst du Zali sagen nein, ich bin's nicht Hina ich bin's nicht, ich mache Zali jetzt ich bin's nicht nein, ich mach dich, ich mach dich bis in meiner Nähe, ich töte dich ey, ich mach den Andi ich glaub ich würde, ich bin's nicht ich wüsste mal, nee, natürlich ich wo es wirklich nicht in deiner Nähe bin ich glaub ich würde ich ein bisschen wie auf jeden Fall der facon die zu verdächtig sind es gibt nur einen Twitter-Fall, der Rest nur Räume ich glaub ich die ich bin's weiter nein, es gibt im Pool und es gibt doch die den die Bühne gibt es auch die Karreiber genau gestern abruf der Angelegenheit und Verlegung das wurde im Ort schießt die Reaktion mit dem die Europäer ich bin immer bestätigt okay wer hat der Linkwo ich lebe noch ja ich bin ich laufe gerade rum ich habe getötet niemand ja hina ist trage ich meine ist weiter in der sohnik mit ich bin ja nicht so nützlich ich habe auch noch kein einziges mal den traiter Waffen benutzt ok ich bin zu op ja 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 hochmut krepp hochmut Hochmut nennst du das? So, Sally. Ja, Hina. Ich habe eine 89-prozentige Wiederbelegung schoss. Lässt mir die mal aus. Der Rest ist gemacht. Also du rechnest damit, dass du stirbst. Schau mal, ich habe noch 100 Leben. Sally, ich habe gerade da. Bleib doch einfach stehen. Alles klar. Mach es mir einfach. Ja, komm her. Ich warte auf dich. Okay. Ah, ich weiß noch nicht, wie ich zu dir komme am besten. Ach, oh ja. So. Nein, auch nicht. Ah, aber da jetzt. Ach, schauen wir mal, was das Death Note rausgibt. Wenn es anders nicht geht, einfach den Death Note benutze. Nein, aber ich will nur mal probieren. Dann nehmen wir sich die Schotte vom Grutto. Danke, Grutto. Lecker. Ach, wir haben ja schon die Waffe gewechselt. Das ist unfair. Ich played in the game. Chill deine Bs. Chill deine Bs, Alter. Komm her. Trau dich. Ich hab auch mit deinen Skills. ich hab die runde noch gewesen ich gebe dir nie wieder eine waffe hinter nie wieder das ist prinzipiell schon mal ein fehler gibt der frau gar nix ich hab auch nicht gesagt dass er mal die schwarze die goschen oder wir nicht ich hab die dsus immer noch nicht gefunden ich glaube die folge nenn ich hina räumt auf ja und die letzte folge nicht oder was ich mache ist ja unwichtig in klammer was aussieht dann haben wir eine höhere chance dass uns beide springen ich springe immer weg kompakt ich bin mit der hina ich hab Angst dass du in die luft fliegst also nein das bricht immer in krypto oder das ist wichtig oder in phoenix ja wie lange auf der hina noch ich setze auf dem krypto setzt du auf dem phoenix hallo mein neues opfer krypto äh mandarn wo ich gebe es auf ich finde die dsus nicht mehr durchatmen durchatmen auf alter ich habe übrigens meine 15 oder wächer 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 also mein traiter kollega springt einfach mal das explodiert genau neben mir kann wer ist er aber ich habe immer gebraucht aus als später zum bieten ist halt proben etwas dumm ja und dann hat sich in die neue Demonstruktion und dabei explodiert wo man auch noch dabei kann den Träger ja Schönen heute haben wir uns nicht mehr noch schnell ich bin die 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 sicherheit heute dieses gefunden ein kein das ist die Vertraue zu will ich nicht machen das doch kein klick bei die auch machen Ab 10.000 Views zeige ich meine Titten. Ich auch. Da kommt der Malch mit. Warum zeigst du auch deine Brüste her? Bei 10.000 Like packe ich meine Titten aus. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Warte, wer ist das jetzt? Da, wie schon vielleicht die Leiche in der Zeit haben! Aber die kann man nicht hören, oder? War drauf, oder? Da, 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 da. Was soll ich in Sorge? Und Dalin? Ja. Ich bin gerade, aber Romy, Lass dich, dann kann man gar nicht, es geht gar nicht. Das geht gar nicht. ist er ruft mich habe ich schon ich sehe nix jetzt ich habe rufen oder jetzt sehe ich was ach ja weil der Andi genau in dem Moment die Leiche weggnommen hat wenigstens ja und der second chance wo ist er wo du nicht bist wie soll ich da hinkommen passt schon du brauchst nichts mit Phoenix ist sie kommt da hatte vor meinen Augen um Riespaar und er sagt mir das du bist das habe ich ganz gelogen nein du hast dich auch traiter du hast dich auch traiter wieso beschleunigst du mich der Krypto war der andere Traiter also Töte jetzt ich bin nicht mit dir Traiter weil der Glück zu der andere später war und da hab ich mit dem Andi drauf geschossen da hast du es 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 irgendwo wird geschossen und ich glaube dass der Sully das verloren hat ja natürlich da hast du es aber du wolltest den Krypto schon wieder benehmen ich liebe ihn das war mal eh klar das war mal eh klar bis gut und du hast ochzt die du hast auf die du ich auch du 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 teas wie waaah Arschloch Knalladen Alter, jetzt hörde ich mir auch ne ganze Zeit zu wollen, man gib doch mal wie sieht die Trades aus, so pizze ja, viel wenn du nicht verrückst Alter das ist ja nimmer lustig ja, dann töte ich es nicht mehr doch nein doch Alter, ich du hast die Anläufe geworden, aber super Krypto, nie wieder, du Wichser ja, aber Krypto, ich bin gestorben, weil ich dich wieder bedienen wollte ja, scheiß auf Krypto, ich fand das sehr hellbar von dir 1 1 für die Willenskraft scheiß auf ja, ich bin ihm einfach nachgekrennt und mir dachte ich warte drauf warum hast du das gemacht, Kurak? der wäre es nicht wertgekrennt ach waaah 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 waa 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 ich habe gehört, dass du den aktiviert hast, Nehmann, ja, der ist auch schon wieder da. Krypto, du Drecksack. Ich glaube, ich mochte das einfach. Ja. Der ist auch. Oh. Der hat einen Krypto gebrochen. Ja, Ina. Vertraust du mir, Romy? Soll ich, hab dich gesucht? Ich vertraue mich. Wo, wo? Wo bist du? Gut. Komm wieder zurück. Das ist das Level, das wir rein haben. Nein, ich bin's nicht. Nein. Ich geh dort, wo wir uns vorher getroffen haben. Okay. Ach, die Dessous da. Ja. Oh, hallo. Ich hab ein Fenster zerschossen. Oh, da ist er, da. Oh, shit. Wo? Sani? Ja. Lass mich mal bitte alleine hier bei den Dessous. Ach, da ist er. Leute, oben beim Klavier. Nicht Klavier, wo man singt. Da. Ah, jetzt auch gar keiner. Er hat, er hat einen Mittelhelfer, glaube ich. Sicher. So, genau, das würde ich sagen. Nein, hängst ihn nur. Jetzt haben wir ihn. Habt ihr ihn? Jetzt haben wir ihn. Gut. Wer hat jetzt alles mit drauf geschossen? Eigentlich alle, ne? Sani? Sani? Was ist mit mir? Ich wusste, der war im Schock. Ich wusste, der war im Schock. Ich wusste, der war im Schock. Das war lieb. Ich war nicht im Schock. Ich schwöre, ich war nicht im Schock. Das ist aber der einzige, der übrig bleibt. Das ist aber der einzige, der übrig bleibt. Leute, ich selbst ein Deadringer. Nicht falsch verstehen. Passt. Halten. Oh, bei ich ihn gern hätte. Nein. Du wurde geschossen, ne? Ach, warum? An dir hat man dann. An dir hat man dann getötet, okay? Ja, das kann er noch sagen. Sani? 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 Ah, ist vorbei. Sani, du warst da im Schock, ne? Ich war echt nicht im Schock. Ehrlich. Du bist, du bist links neben der Tür, da bist du rechts nochmal gegen die Wand gelaufen. Die Tür hat mich da nach rechts geschoben. Okay. Alter, wenn du hier keine Schock an hast, ne? Null Chancen irgendwie. Ich war eher gut, ich hab's jetzt mit der auch ganz okay. Romy? Ja? Vertraust du mir? Fick dich. Warum? Romy, vertraust du mir? Hab dir nichts getan? Na? Nee, nee, nee. Wir haben Schakan, wir haben Schakan, Leute. Wir haben Schakan. Romy? 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 Ja? Ja, ist doch gut. Ja? Romy, Romy? 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 Romy, ich bin, ich zwei, ich zwei Satz. Woahmail-Hewov, Pyto, Pyto, Pyto. Ja, das jetzt! Der Krypto ist. Ich hab grad Schaden genommen von jeden times. Ja! Jede Sekunde könnte deine letzte Sekunde sein. Ah, okay. Krypto! Hi! Krypto! Krypto! Der ist schon wieder Schaden. Jena? Du hörst ein Krypto, da ist er noch. Ja. Hyne ist es auch. Hallo Hyne. Hoppala. Hoppala. Ne, bitte nicht. Höchstens, lass mich noch mal. Nein. Auf Warten auch. Ich hab's gewusst, das ist zwar der Satz, ich hab's gewusst. Ja, warum, lass mich das ja gegen unsere Namen. Ah, scheiße. Kannst du das nächste Mal warten, bis ich weg bin, damit das nicht so auffällig ist? Hm? Kannst du das nächste Mal warten? Ja, okay. Dann wärst nämlich du tot gewesen. Wo ist der Krypto? Ich mach ihn jetzt auf dem Instant weg. Das Minus Karma ist nicht mehr in Kauf. Wo ist der Krypto? Hier. Soll ich ihn wegmachen für dich? Nein, ich mag den wegmachen. Das ist sowas Persönliches. Okay, mach. Nein, dann wär die... Wir haben wieder wie ein Schakal, ne? Ich mach aber nicht wegmachen. Wer war eigentlich der Schakal letzte Runde, genau? Wie? Ich wollt grad den Krypto messen, dass er mich gefehlt hat. Pfff. Scheiß Krypto. Alter, ach, Romy. Ich hab ein Messer gehört. Ich hab ein Messer gehört. Glaub ich zumindest. Alter. Ist ein Messer gehört und ich da auch nicht. Ja, aber... Romy hast du auch das Messer gehört? Ich hab ein Messer gehört. Ja, dann ist doch ein Messer passiert. Ja? Dann... Andi. Und warum mich? Wieso? Bei ihm war's ganz... Ich komm mit ihm. Ja, ich... Ich und Romy war's auf jeden Fall. Nein, war's nicht. Komm mit dir. Andi, 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 Andi. Alles klar, Andi. War noch rum zum Lecken. Da sind welche gestorben auf jeden Fall. Ich brauche gescheite Waffen, Leute. Ich bin richtig am Arsch. Pfff. 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 wo bist du denn? das sind böse Entschuldigungen aber ihr habt Krypto was ist Krypto? Krypto wo ist der Krypto? hat ihr mal Krypto gesehen? hast du eh schon getötet ihr habt Kerl, er mag Melonen er liebt sie sogar wow, sehr schön so, danke Leute, das wars wieder für diesen Vorgang ähm, keep comment kill zombies oder keep comment kill traiter keep comment get 49 genau wenn ihr Sex habt, bitte Kondom benutzen niemals wie man aufhüten kann vorher rausziehen niemals funktioniert immer das wars für diesen Fall oder man nimmt das andere Loch und bis zur nächsten Folge jo, ciao 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 Vielen Dank.